Grüß euch Leute, freue mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Richtig spannende News, gibt es bald Bitcoins in deiner Online-Banking-App. In Österreich wird jetzt der erste Schritt gegangen und die Raiffeisen Bank macht tatsächlich den ersten Schritt und wird gegen Anfang 2024 tatsächlich Bitcoin und Kryptowerte anbieten, in Kooperation mit Bitpanda. Wir sehen uns heute an, welche Möglichkeiten es bei Bitpanda gibt, wie die potenziellen Produkte eventuell aussehen könnten und natürlich, was das wieder mal für Bitcoin bedeutet. So bedeutet, wollte ich sagen, damit natürlich herzlich willkommen an alle zu diesem Livestream oder auch Video, wenn ihr das im Replay ansieht, gerne freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und jetzt könnt ihr gerne nochmal gerne in den Livestream schreiben. Ist der Ton in Ordnung? Passt das Bild? Und dann werde ich schon den Link für diesen Livestream in unserer Telegram-Gruppe teilen, damit natürlich niemand verpasst, wenn wir hier diese neuen News durchgehen, die eigentlich richtig, richtig cool sind. Das Ganze passt eigentlich wunderbar timingtechnisch für den nächsten Bullrun und es könnte tatsächlich in der Zukunft so aussehen, dass dieses altbekannte Meme, das man immer wieder kennt mit Bitcoin, man steht dort Schlange, wenn der Preis teuer ist, bei 9.000 interessiert Bitcoin niemanden, wenn man dann bei 69.000 ist, interessiert es wieder jemanden und bei den günstigen Preisen will niemanden kaufen und das sieht für mich so aus, als würde hier dann tatsächlich ein Raiffeisenbank-Schild, zumindest in Österreich dastehen, wenn Bitcoin wieder in die All-Time-Highs geht und das ist natürlich für uns optimal, weil wir dürfen schon mal jetzt fix feststellen, wir sind zum Großteil vor den Raiffeisenbankenkunden schon drinnen und dass das wahrscheinlich ein gutes Timing ist, wissen wir mit den ganzen anderen Fundamentals um Bitcoin sowieso. Dementsprechend, ich gehe ganz kurz auf meinen YouTube-Kanal, ziehe den Link für diesen Livestream raus und teile ihn noch in unseren Telegram-Gruppen, dort kannst du natürlich jederzeit kostenlos beitreten, das war jetzt das falsche Video, der Link zur Telegram-Gruppe ist wie immer in der Videobeschreibung und dort gibt es viel Austausch, alle Möglichkeiten, alle Fragen zum Thema Kryptowährungen und Co. und das ist natürlich immer der Place to be. So, wir schauen uns das Livestream an, ziehen uns den Link und schließen den Tab, damit wir hier nicht das unendlich Echo reinbekommen und dann haben wir den schon geteilt. Wir sind jetzt live, zack, zack, zack. In den ersten zwei, drei Minuten schauen wir mal, dass wir alle Leute natürlich up-to-date hatten, schauen wer gerade dabei ist. Du kannst auch gerne in den Live-Chat reinschreiben, von wo du gerade zusiehst, bist du in Österreich dabei, bist du einer der Glücklichen, der vielleicht bald über die Raiffeisenbanken-App hier über Kryptos verfügen kann, bist du in Deutschland dabei und wie das dort natürlich aussieht, können wir uns gerne ansehen, weil auch deutsche Banken, Sparkasse und Co. haben ja schon öfter bekannt gegeben, in die Richtung von Kryptowährungen zu gehen und das ist natürlich optimal, wenn wir das natürlich in die Banking-App mit reinbekommen. Das ist absoluter guter Schritt in Richtung Massenadaption und ja, das ist auf jeden Fall das Thema, das wir heute bestreiten werden. Wir hoffen, dass das LAN-Kabel keinen Hänger hat und ich denke, das Internet sollte auch passen. Ich sehe auf jeden Fall schon DevStore mit am Start, grüß dich, Krypto Thomas mit am Start, Erwin Reiterer, hallo Didi, ich grüße dich auch, Erwin. Dann haben wir Narkop mit am Start, Grüße aus AT Österreich. Sehr, sehr cool, gerne auch im Replay mit dazuschreiben, Österreich oder Deutschland, Schweiz oder von wo ihr zu seht. Ich bin jetzt gerade noch in Zypern, hier ist das mit diesen Online-Banking und Co. Keine Ahnung, was die dort anbieten. Auf jeden Fall ist es schon mal optimal. Die Bitpanda-Produkte verfügen einerseits natürlich über ganz normale Krypto-Assets, aber auch ziemlich spannend, haben wir heute auch schon diskutiert, die ganzen Krypto-Indexes, Indizes, Sammelpods von Kryptowerten in verschiedenen Nischen des Kryptobereiches. Und wenn das natürlich so eintritt und du zum Beispiel einen Mischpot kaufen kannst aus den Top-Kryptowerten Ethereum, Bitcoin, BNB, XRP, Solana bis runter zu Bitcoin Cash, wäre schon eigentlich richtig, richtig lustig. In dem Sinne schauen wir uns die ganze Thematik an, woraus besteht diese Kooperation und wie ist das Ganze dann ab wann verfügbar. Wir gehen den Bericht eins zu eins durch, das wird ein bisschen Betreutes vorlesen, aber natürlich ist dann die Diskussion zu dem Thema richtig, richtig gut, weil ein Punkt ist natürlich absolut wichtig, den darf man nicht zu nachlässigen, das darf man nicht übersehen, Bitcoin und Self-Custody ist eigentlich Selbstverantwortung. Das ist wie wenn du dein Gold hast, das musst du irgendwo entweder vergraben oder keine Ahnung was oder einem Bankschließfach geben, aber nicht, am besten nicht zu einer Verwahrungsstelle, die irgendwie zentral gesteuert ist und auch gegen dich funktionieren kann. Ich habe tatsächlich auch ein Bitpanda-Konto, wenn du noch keines hast, du kannst natürlich gerne den Link in der Videobeschreibung benutzen, da gibt es 10 Euro für dich und auch für mich, wenn du dir einen Account machst, wenn du schon andere Kryptobörsen benutzt. Ich bin zum Beispiel auch bei Bitget sehr zufrieden, da gibt es bis zu 8000 Dollar Einzahlungsbonus, also ist dann noch eine andere Liga. So, ich sehe, der Chart bzw. der Chat ist schon mal aktiv, freut mich, dass ihr dabei seid. George Achter mit aus Duwe dabei und Mr. AI, Michael ist auch mit am Start, hat einen Mann Charts geprüft, Curve, die YDX, Uniswap, können wir auf jeden Fall abchecken, lauter, dann stelle ich mir schnell diese Box noch spontan vor das Gesicht, beziehungsweise wir können Regler hier glaube ich lauter stellen, können wir den lauter stellen? So, jetzt müsste es lauter sein, könnt ihr noch gerne einmal reinschreiben, ob es laut genug ist und haben wir den Bitcoin, den haben wir hiermit auf der Seite drauf, perfekt. So, das Setup sollte jetzt stehen und wir schauen uns jetzt diesen Bericht an. Bei der Entwicklung innovativer Veranlage-Lösungen geht die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich, na Niederösterreich so, Wien neue Wege ein und wird durch eine geplante Kooperation mit Bitpanda zum Vorreiter in der Europäischen Union. Passt für mich optimal, ich habe auch die Elba Banking App. Erweiterung der Produktpalette zum einfachen Vermögensaufbau, Angebot für Kryptowährungen, Aktien, ETFs, Edelmetalle und Rohstoff und Raiffeisen Landesbank mit Vorreiterrolle den traditionellen EU-Kreditinstitutionen. Das hört sich schon mal sehr, 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 sehr gut an. Die Inhalte davon nach den Schlagzeilen und ersten Überschriften gehen wir jetzt natürlich auch noch mit ein. Ich schreibe nochmal, ob das jetzt auch wirklich laut genug ist, aber ich denke, es funktioniert. Mal sehen, ob die Sparkasse da mitzieht, schreibt der Martin. Ich denke, da hat es schon genug Nachrichten gegeben, auch Deutsche Bank und Co. Das können wir uns dann natürlich gleich im Nachhinein nochmal ansehen, welche Banken generell da schon Schlange stehen. Aber so einen fix fertigen Vorschlag mit, hey, du kannst es bald nutzen, wie jetzt hier, habe ich so noch nie gehört und deswegen ist es auch ein richtig cooler Live-Thema zum drüberquatschen und bin auf jeden Fall froh, dass man darüber berichten kann. Wir gehen weiter im Text. Im Sinne der absoluten Kundenzentrierung stehen wir unseren Kundinnen und Kunden als verlässlicher und starker Partner zur Seite. Kundenzentrierung finde ich eine absolut gute Wortwahl, weil auch Larry Fink von BlackRock, der CEO, hat gesagt, das Interesse an Krypto ist weltweit und extrem breit gestreut und sehr, sehr hoch. Also auch hier hat sich nichts geändert. Die großen Finanzanbieter, Finanzfirmen, die müssen sich nach den Kunden orientieren. Wenn du das best-performenste Asset, und das habe ich auf meinem Twitter-Profil geteilt, wenn du das best-performende Asset der letzten 10 Jahre nicht an deine Kunden bringst, ich hoffe, ich habe das geteilt, sonst müssen wir da lange scrollen, nee, das lassen wir, ihr könnt es googeln, Bitcoin, eines der best-performenden Assets des Jahrzehnts, wenn nicht sogar das Beste eigentlich, da musst du das irgendwann begreifen und vielleicht anbieten, weil es wird mittlerweile nicht mehr davon ausgegangen, dass das ein Schneeballsystem ist oder Betrug oder was auch immer. Das ist, glaube ich, jedem klar und auch den Banken führt kein Weg langsam, aber sicher daran vorbei. Persönliche Beratung gehört ebenso dazu wie digitale Lösungen am Puls der Zeit, betont Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien. Die Prüfung der Partnerschaft mit Bitpanda verfolgt das Ziel, unsere Produktpalette um eine innovative, sichere Facette zu ergänzen und soll allen Kunden und Kundinnen einen einfachen Vermögensaufbau ermöglichen. Optimal. Als erstes traditionelles Kreditinstitution in der Europäischen Union plant die Raiffeisenbank die Aufnahme von Kryptowährungen und anderen Assetklassen in ihr digitales Veranlagungsangebot. Dafür zeichnet die Bank eine Absichtserklärung zur Prüfung einer Kooperation mit Bitpanda. Bis Jahresende soll die Evaluierungsprozesse für ein konkretes Angebot abgeschlossen sein. Da müssen wir kurz das Datum checken. Das ist nämlich hier noch von der Planung die Frage, aber es gibt jetzt quasi schon eine Art Bestätigung. Das ist hier auf jeden Fall mit drin. Die österreichische Raiffeisenbank hat vorgenommen, im Privatkunden den Handel mit Kryptowährungen bis 2024 zu ermöglichen. Dementsprechend ist das hier nur ein Detailbericht zu dem ganzen Thema. Finde ich aber auch spannend, wie man das auf jeden Fall aufnehmen sollte. Der Bitpanda CEO erklärt, dass der Finanzmarkt ist komplex und teilweise exklusiv. Wir haben aber den Anspruch, allen Personen das Investieren zugänglich zu machen. Es geht um einfache, intuitive Produkte, für die man keine Bedienungsanleitung braucht. Mit Bitpanda Technology Solutions haben wir ein Software-as-Service-Infrastruktur geschaffen, welches unseren Partnerbanken ermöglicht, ihren Kunden sämtliche Vermögenswerte digital anzubieten, abgerundet durch regulierte und sichere Verwahrung aller Assets. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg. Da noch wichtig zu sagen, bei Bitpanda gibt es eigentlich keine Einlagensicherung. Wie das in Kooperation mit einer Bank ist, wird sich dann noch irgendwie die Frage klären wahrscheinlich. Eine Bank hat ja Einlagesicherung, zumindest in Österreich bis 100.000 Euro ist das staatlich versichert und alles darüber, das wahrscheinlich nicht. Wie das mit einem Kastodien für Kryptos aussieht, bin ich mir auch nicht sicher, aber wäre eine gute Frage, falls wir das in der nächsten Zeit nochmal aufgabeln. So, ab einem Euro ist das möglich. Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Mimamo, unabhängig von der Höhe des Kapitals, folgt dem Bedürfnis am Markt. Aktien, wieder hervorgehoben, Kundenzentrierung, die Raiffeisenbank folgt dem Bedürfnis am Markt. Wie eine aktuelle Studie bestätigt, erwerben bereits 29% der 20- bis 39-Jährigen ihre Wertpapiere über Online-Plattformen wie Bitpanda. Ja, und ich glaube, da gibt es viel größere wie Bitpanda, aber dass man da eher auf eine digitale Online-Börse geht, du machst das, glaube ich, nicht mehr bei der Bank. Und ja, ich glaube, bei den Gebühren ist die Bank vielleicht auch nicht die schlauste Option. Andere Anbieter haben natürlich auch Gebühren, aber das passt auf jeden Fall. Und der nächste Absatz hier, Wachstum und Innovation im Sinne der Kunden. Das europaweit lizenzierte Fintech-Unternehmen wurde 2014 in Wien gegründet. Ja, ich glaube, das kommen wir hin, die sind reguliert von der Finanzmarktaufsicht. Und ich glaube auch noch, in Deutschland von wem? Keine Ahnung, 4 Millionen Nutzer ist auf jeden Fall eine stolze Anzahl. Und ja, Bitpanda ist eine der führenden Anlager, ja, das ist auf jeden Fall Werbung, die brauchen wir da nicht unbedingt machen. Bitpanda ist gut, die nutze ich seit Ewigkeiten. Was man aber beachten muss, Herkunftsmittel, Herkunftsnachweise auch für Minitransaktionen bereithalten. Da haben wir schon Erfahrung gemacht, dass bei 50 Cent Auszahlungen des Bitpanda-Accounts irgendwie blockiert wurde und du musst dann deine Daten reinschmeißen, ja, ist eigentlich gut so. Nur so kann es tatsächlich funktionieren. Oder wenn es nur so funktioniert, ist zwar ein bisschen lästig, aber zumindest Massenadaption ist da. Die Raiffeisenbank ist eine moderne Regionalkommerzbank. Gut, das haben wir eigentlich auch, glaube ich, müssen wir uns jetzt hier nicht hochloben. Aber hier stand es irgendwo drinnen, dass wir das in unsere Online-Banking-App mit reinnehmen können. Suchen wir das ganz kurz. Die Plattform ermöglicht es. Regulierte Handelsinvestitionen, Verwahrungsdienste für Aktien, ETFs, MIMAMO. Angebot ISO 27001, zertifizierten jahrelang erproben. Gut, dann war das in diesem Bericht, weil hier steht es, glaube ich, drin, Raiffeisenbank, Kryptowährungen an. In einem wichtigen Schritt, Akzeptanz von Kryptowährungen signalisiert, hat die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Pläne angekündigt, bis Ende 2024 für Privatkunden das anbieten. Großbank hauptsächlich den Wien-Kryptobörse Bitpanda zusammenarbeiten und eine Initiative starten. Deshalb geht die Raiffeisenbank hier. Hier haben wir den Punkt und der ist jetzt wirklich krass. So, hier haben wir den Punkt. Die Kryptowährungsdienste der Raiffeisenbank, welche auf digital affine Kunden zugeschnitten ist, werden von einer Partnerschaft mit Bitpanda profitieren. Denn über Raiffeisenbank App, also über die App, die man am Handy hat, wenn man ganz normal seine Online-Banking-Sachen machen möchte, können Kunden in Wien mit ihren Mobilgeräten nahtlos auf die Plattform Bitpanda zugreifen. Also irgendwie wird das dann so ein Link sein. Jetzt müssen wir noch ganz kurz auf OBS warten. Der hat schon wieder einen kleinen Fehler drin gehabt. Aber ich habe das gemerkt. Also wir schauen nochmal, was sind digital affine Kunden? Das ist eigentlich eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich so, wenn du diesen Teil in der App öffnen musst oder möchtest, dann kommt wieder dieser Anti-Bot-Protection. Wähle die Bilder mit dem Bus aus. Alles, wo eine Ampel drauf ist. Also da kann es wahrscheinlich beim IQ nur nach oben gehen, wenn die Leute da investieren wollen. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich bin dann gespannt, wie das auf der Banking-App aussieht. Weil das ist jetzt mal was Greifbares, wo du wirklich auf dem eigenen Handy was siehst. Und nicht irgendwelche Meldungen von Bank XY in Timbuktu hat jetzt irgendwie 3 Dollar Bitcoin-Käufe ermöglicht. Sondern das ist jetzt so, wow, jetzt kriegst du das Ding auf deiner Banking-App. Und ich bin ja schon, keine Ahnung, seit 10 Jahren Kunde bei der Raiffeisenbank. Und du wirst ja jedes Mal, vielleicht kennt ihr das, wird man von seinem Bankberater jedes Jahr mal angerufen. Willst du nicht sparen? Willst du nicht 10 Kredite aufnehmen? Willst du dich nicht verschulden? Dein Rahmen, wieso brauchst du den nicht? Nimm doch einen größeren. Also ja, ihr wisst, was ich meine. Da wird natürlich irgendwie jeder für Versicherungen und mögliche Finanzierungen und so immer wieder eingeladen. Bisschen Finanzgequatsche und so. Und mein Bankberater, ich gehe immer liebend gern zu ihm. Er ruft mich an, ich mache einen Termin aus und wir setzen uns hin. Und er fragt mich eigentlich dann nur noch so, und wie ist es mit den Kryptos so gelaufen? Und dann je nach Zyklus hat es dann immer so geheißen, ja gut oder nicht so gut. Das letzte Mal war noch nicht so gut. Aber ja, der kennt das Thema schon. Und er hat mir vor zwei Jahren schon circa gesagt, dass jetzt dann bald eine Schulung, oder vor einem Jahr, lass es vor einem Jahr gewesen sein, dass es dann bald eine Schulung zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen in den inneren Mitarbeiternkreisen gibt, für eben Wissen zu dem Thema. Finde ich eigentlich lustig, dass das jetzt mit einer ziemlich langen Verzögerungszeit auch spruchreif geworden ist. Und ja, bis das Ganze dann wirklich online ist, verfügbar ist, schauen wir uns das dann an und werden da ein bisschen herumtüfteln, wie sind die Gebühren und welche Produkte gibt es. Weil zu diesen Produkten gibt es ja schon eine kleine Möglichkeit reinzuschauen. Wenn wir uns auf Bitpanda umsehen, da muss ich ganz kurz, zack, hier auf Entdecken, bei meinem Bitpanda-Account, das ist glaube ich Österreich, Deutschland verfügbar. Und hier gibt es bei der Abteilung Krypto, es gibt ja eigentlich alle Assets. Mit Edelmetalle, Goldaktien, alles mögliche, aber eben mit Krypto, Bitpanda, Bitcoin, Panda, also das ist glaube ich schon Krypto angehaucht, der Name, da kriegst du wirklich viele, viele Altcoins. Also auch wirklich Small Caps sind dort gelistet. Wie viele Coins haben die gelistet? Mehr als 100. Auf jeden Fall mehr als 100. Könnte man mit einer Googles-Anfrage natürlich gleich beantworten, aber ich denke, es sind auf jeden Fall sehr viele. Und was spannend ist oder was ich mal probiert hatte, sind diese Krypto-Indizes. Und je nachdem, wo du steuersässig bist, ansässig bist, ist so ein Krypto-Indizze eigentlich nicht blöd. In Österreich ist jetzt die Gesetzeslage so, du zahlst 10.000 Euro zum Beispiel auf Bitpanda ein und kaufst die Kryptowährungen und machst Zwischenhandel, kaufst Bitcoin, kaufst Altcoins und tauscht hin und her. Am Ende musst du natürlich eine glasklare Kontoführung, Buchhaltung haben, was du zum Beispiel über Bitpanda oder generell Zexis immer einfacher hast, wie über DeFi, Metamask-Transaktionen raussuchen. Und dann kannst du hier nur den Endgewinn versteuern und musst Zwischentransaktionen nicht durchtreten durch deine Buchhaltung. In Deutschland ist es ja so, mit ein Jahr Haltefrist, da wäre es bei diesen Produkten nämlich speziell, weil es gibt da eben Rebalancing-Teile oder so wie ich das noch kenne, sind diese ganzen Asset-Aufteilungen, wie du sie hier siehst, mit dieser BCI 10, also die Top 10 Kryptowährungen, die hier in diesem Indece drinnen sind, werden ab und zu rebalanced. Also wenn irgendwas super performt hat, wie zum Beispiel jetzt ist Ethereum mit 30% drin, Bitcoin mit 28% und wenn jetzt Solana irgendwie verfünffacht hat, würde es umschichten, das steht hier glaube ich irgendwo mit drinnen. Schauen wir mal, neue Daten, ja logisch, also wenn ein Coin aus den Top 10 rausfällt und ein neuer reinkommt, die neuen haben dann immer eine sehr kleine prozentuelle Gewichtung und was halt oben ist, wie Ethereum, Bitcoin, da ist natürlich das meiste Geld drin und wenn es ein Coin nach oben schafft, da wird gewechselt, da wird im Hintergrund eine Transaktion durchgeführt und je nachdem, wo du eben steuersässig bist, macht es mehr oder weniger Sinn, in diese Dinger zu investieren. Gut ist es eigentlich, aber quer durch die Bank muss man sagen, man muss da ein bisschen schauen, weil bei diesen Indizes gibt es auch irgendwie lustige, das ist Media Entertainment Ding, habe ich mir schon angesehen, also die Mischung da, ich weiß nicht, wo da Bitcoin mit drinnen ist, also muss ja natürlich nicht überall drin sein, aber hier, das fand ich spannend, Axie Infinity Chart, The Sandbox, Decentraland, Chilis und ApeCoin, also das ist schon eine Web3-Metaverse-Geschichte im schönsten Ausmaß, das passt eigentlich, Chilis cool, ApeCoin, gut, finde ich spannend, dass das eben dann theoretisch in der Banking-App verfügbar ist, dass ich den ApeCoin in einem Indize in meiner Bank-App kaufe, das wäre natürlich absolut lustig und ja, was sind hier noch für Indizes mit am Start, zack, Media Entertainment, Smart Contract, okay, nehmen wir, hauen wir hin, was ist die Erklärung davon, Bitpanda Indizes, Mimamo, der BCI Smart Contract Leaders, besteht aus Krypto-Token-Währungen im Bereich Smart Contracts, welche im Messer in ihrer Marktkapitalisierung und Liquidität im Index enthalten sind, jeden Monat wird dein Portfolio unter Berücksichtigung der von unseren Partner Market Vector berechneten und bereitgestellten Daten neu gewichtet, Rebalancing, genau, du verpasst nie wieder aktuelle Markttrends oder den nächsten Preisanstieg, das finde ich gut, das finde ich spannend, natürlich können die das nie gewährleisten, dass du den besten Marktanstieg mit drinnen hast, aber ist auf jeden Fall gut so. Und was ist da jetzt so drinnen, was ist bei den Smart Contracts drin? Ethereum, Solana, mit fast so viel wie Ethereum, Cardano-Tatsache, Tron, Apex, Matic, Dot, Atom, H-Bar, ICP, Aptos, Near, Optimism, Arbitrum, also ich finde es als Orientierung ganz gut, was man, wenn man zum Beispiel in Smart Contracts, DeFi, was auch immer, investieren möchte, dass man sich dort von diesen, ich nenne es immer so diese Browser, ich weiß nicht, Ethereum-Netzwerk ist für mich wie Google-Browser, also der Ethereum-Browser, dass ich mir von einem gewissen Browser die Tankfüllung kaufe auf Vorrat, ich brauche die Gas-Fees, die Transaktionsgebühren, weil das wird dann wahrscheinlich so wie bei dieser Ölpreis aus dem WLAN raus, zack, persönlicher Hotspot, zack, 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 wieder 1000 E-Mails bekommen für Black Friday, jetzt haben wir noch den Hotspot auch eingeschalten, dann sollte uns OBS nicht abschmieren, einen Indizie schauen wir uns noch an, weil so viele gibt es da nicht, weil die Top 25, ich glaube, da kann man auf CoinMarketCap auch reinschauen, die Top 5, DeFi-Leaders, okay, da wird DeFi-Chain wahrscheinlich nicht drinnen sein, wäre aber natürlich lustig, Uniswap, Lido-Dow, Rune, Maker, Arvel, Curve, also ich habe eigentlich alle außer Maker und Rune und Torchain, also die sind hier eigentlich stark drinnen, aber ich bin eigentlich bei Uniswap, Lido-Dow ähnlich, stand hier eigentlich stark drinnen, aber ich bin eigentlich bei Uniswap, Lido-Dow ähnlich stark, also Lido-Dow mehr drinnen, aber ein bisschen Curve, eigentlich, ja gut, die sind gesunken, aber es ist eigentlich auch eine Menge an Coins, die ich habe, darum DeFi-Leaders ist verständlich, mit die reinzunehmen und was haben wir hier, Infrastructure-Leaders, was ist hier drinnen, hier überall, also es ist überall mit Rebalancing bei diesen Indizes, Chainlink, Filecoin, TheGraph, Render, QNT, ich habe Chainlink, TheGraph und Render-Token, die anderen nicht, aber Filecoin wird mich auch noch so aus einer Ecke ansehen und auf QNT habe ich noch einen Altcoin-Grid eröffnet, können wir vielleicht auch mal reinschauen, vielleicht hat sich da schon was getan, aber ich denke QNT ist so ein sehr langsames Ding und hier den Login zu machen, schauen wir mal, QNT, schauen wir mal, aber der ist immer so um die 100 Dollar herum in letzter Zeit, sind also coole Indizes, finde ich ein bisschen, ja, lustig, so ein DeFi-Ding macht sicher Sinn, ein Metaverse macht sicher Sinn und ja, das ist auf jeden Fall krass, wenn es die Dinger wirklich in der Banking-App gibt und jetzt schauen wir, welche Banken noch in die Richtung kommen und ich glaube, Sparkasse Deutschland, Bitcoin, schauen wir mal, weil da gab es in den letzten Monaten oder eben im Bärenmarkt, Bitcoin, schon viele Twitter-Meldungen, Bitcoin-Risiken, Prognose für die Zukunft, nein, Bitcoin kaufen, Sparkasse 2023, Bitcoin direkt als Kunde bei der Sparkasse zu erwerben, glücklicherweise muss man deshalb nicht die Hausbank, Kryptowährungen, Ethereum und Co handeln mit unserem zuverlässigen Partner Made in Germany, gut, dann müssen wir Twitter nehmen, ich finde Twitter zum Suchen teilweise unglaublich gut, Sparkasse Bitcoin und sonst die Deutsche Bank, die hat selber auch angefragt, Germany's Love, largest saving bank, planning to allow customers, buy, sell, hold, Bitcoin, Sparkasse has 50 Millionen Kunden, das ist natürlich sehr gut, was haben wir hier, Dezember 2021, also das ist schon eine Weile her, was haben wir hier gehabt, Sparkasse Bank blocks all Bitcoin related, also so ist die Geschichte gut, also wie es mal war, 2015 und hier von 2021 dann, German Banking Group Sparkasse confirms Rumors, wants to launch Crypto Wallet, also sogar ein Wallet, das finde ich super spannend, wie viel das angepasst wird, ist dann eine gute Frage von Bitman, die haben wir in Hamburg getroffen, dann bin ich mit dem Hugo und dem Jay ein bisschen durch die Messe gestapft und da haben wir mit denen cool gequatscht, die sind die Leute, die immer mit diesem Bitcoin Scheinwerfer überall hingehen und haben auch hier in Frankfurt Sparkasse angeleuchtet, aber auf jeden Fall von diesen ganzen Banken, Sparkasse, working on a Bitcoin Wallet, super cool und nicht nur Sparkasse, sondern auch Deutsche Bank, schauen wir ganz kurz, Deutsche Bank Partners to offer Bitcoin Custody for Institutions, Institutions, genau das ist der springende Punkt, Institution, also wir können da glaube ich noch ein paar dieser ganzen Dinger durchgehen, Deutsche Bank 1,4 Trillion Dollar Assets on the Management für Institutional Clients, also wirklich nur die großen Firmen, Institutionen eben, wie es hier steht, können dort irgendwie dann rein für, the bank can now hold crypto directly for clients, gut, hier wird nicht, okay, Custody for Institutions, überall Institutions und was haben wir da noch, schaut, eines Hong Kong, Hong Kong Bank, Bitcoin, erstens, die haben dort für Pensionskassen Coinbase Aktien gekauft, die natürlich sehr, sehr stark mit dem Kryptomarkt, beziehungsweise mit Bitcoin korrelieren und jetzt haben wir noch, Chinese, Chinese Banks are supporting Bitcoin and Crypto Businesses in Hong Kong, genau, dort ist ja dieser Brennpunkt oder dieser Testspielplatz und irgendwo steht das noch drinnen, okay, da kommen wir glaube ich aus diesem Loop nicht mehr raus, dass auch in Hong Kong Angebote für Institutionen sind, bei diesen Banken, dass man in Kryptowährungen investieren kann, aber so etwas, dass du das wirklich in deiner Banking App reinbekommst, das ist krass. Also wir müssen ja wahrscheinlich dann, wenn das in Wien noch ist, ein bisschen abwarten, bis das österreichweit gilt oder wo das dann machbar ist, aber eben die theoretische Vision davon, dass man dann nur noch auf seine Banking App geht und einfach Bitcoin kaufen kann, wow, also das ist einerseits richtig, richtig cool, wir bekommen da auf jeden Fall sicher ein bisschen Geld rein, vor allem wenn Bitcoin einfach weiter steigt, wenn du immer siehst, ah, schon wieder verpasst, die Bank App sind ja auch so lustig, die geben immer irgendwelche Nachrichten raus und ja, das wird spannend und da ist ja auch der große Punkt, Bitcoin sollte man selber besitzen. Es gibt die Möglichkeit, Bitcoin bequem bei der Bank zu kaufen, du hast dort Einlagesicherungen bei einem Bankkonto, wie es eben mit Kryptos aussieht, das ist eine gute Frage, aber Bitcoin hat einfach die Möglichkeit oder bietet jedem die Möglichkeit, dass man die selber hält. Du nimmst dir ein Hardware Wallet, ein Paper Wallet, erstellst das über ein Hardware Device wie ein Ledger, hier habe ich sogar einen liegen, ich würde jetzt nicht unbedingt den nehmen, sondern Paypal, äh, Safepal, Safepal, nicht Paypal und dann würde ich mir über ein Hardware Gerät ohne Internetverbindung, würde ich mir einen Seed generieren, das Video müsste ich euch im Replay dann irgendwo da oben verlinken oder könnt ihr einfach gerne in unserer Telegram Gruppe nachkommen, fragen und euch über das informieren und du kannst dann wirklich als einziger Mensch der Welt diese zwölf Wörter, die du als Passwörter bekommst oder eben 24 Wörter, kannst du dir aufschreiben, in eine Metallplatte gravieren und dann ist es wirklich, die Bitcoins, die auf diesem Wallet liegen, nur durch deine Wörter gesichert sind, sind dann wirklich deine und das ist das Wichtige, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel BlackRock Spot ETF Bitcoins nicht den echten Wert eines Bitcoins haben, sie ziehen zwar den Marktwert so fast ident mit, also du hast immer den Spotpreis des Bitcoins im Bitcoin Spot ETF natürlich auch eingepreist, gegengepreist, aber die Utility, die Nutzung von einem Bitcoin ist höher als die von einem Bitcoin Spot ETF Anteil, weil wenn ich in ein Land reise oder wenn ich irgendwo, keine Ahnung, ich muss flüchten, weil Krise oder sowas ist, dann möchte ich nicht den Bitcoin Spot ETF über einen registrierten Broker irgendwie versuchen, über mein Online Banking, was dann wahrscheinlich sanktioniert und bestraft ist, nutzen, sondern dann möchte ich das irgendwo hinsenden können zu irgendeinem Post Ding, wo ich Geld exchangen kann, zu einem Bitcoin Automaten, wo auch immer und möchte der Herr und Besitzer meiner eigenen Coins sein. Das ist eben der große Punkt, für viele wird es kein Problem sein, sehr viele Leute von uns, die haben einfach ihren Aktienbroker, mehr mehrere Aktiendepots und ja, es sollte auch passen. Ja, ich denke jetzt nicht, dass da jetzt so viel Böses im Busch ist wie bei FTX und Co., aber es kann natürlich passieren und bei Bitcoin die krasseste Variante ist natürlich einfach, ja, es zu nutzen, wenn man es schon selber besitzen kann. Ihr müsst nachschauen, ich glaube zum SafePal Wallis ist sogar ein Rev-Link in der Beschreibung, ich bin mir nicht sicher, kosten 70, 80 Dollar um den Dreh herum, dann hast du wirklich ein gutes, modernes Hardware Wallet, du hast eine App dazu, du kannst wirklich in deiner App die ganze Kontostände sehen zu deinem Gerät, die Private Keys verlassen nie dieses Hardware Wallet und das ist natürlich sehr, sehr gut. Schau, jetzt schauen wir nochmal ein paar Kommentare durch, wer alles noch etwas geschrieben, gefragt hat und da können wir gerne noch ein paar Altcoins reinrutschen und uns ein bisschen Krypto ansehen, der Bitcoin-Preis bei 37.300 Dollar, knapp, knapp, knapp unter dem Jahreshoch, also das sind natürlich optimale Bedingungen, vielleicht haben wir ja heute noch das Glück, irgendwie in diesem Stream das Jahreshoch zu sehen, ist natürlich, kann schnell sein, kann aber auch schnell irgendwie runterrutschen, aber lasst uns den gerne mal als Bildschirmschoner im 5-Minuten-Chart offen haben. Ich nehme noch kurz einen Schluck Wasser und dann hauen wir uns in die Kommentare. So, Reiseifenbank, Wienkunde und bin gespannt. Crazy Phil, ja, schau mal das an, du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Am 30. November, also in sieben Tagen, werden wir einen Punsch trinken veranstalten, da kann ich jeden gerne, der kommt, auf zwei, drei Gläser Punsch einladen. Stefansplatz oder so ist angedacht, ich muss mir dann noch einen Punschstand, Glühweinstand suchen, wo irgendwie was Leckeres zu finden ist und nicht irgend so Metro-Kanisterpunsch ausgeschenkt wird, sondern was Leckeres ist. Am 30. Details folgen dann in der Telegram-Gruppe und dann schauen wir, dass das alles Gemütliches zusammentreffen wird. Es gibt auch ein paar Gewinnspielsachen mitzunehmen, also zahlt sich sicher auf zum Connecten, zum Quatschen. Wenn du in Wien dabei bist, wäre richtig cool. So, Narkop schreibt, vor so zwei bis drei Jahren meinte mein Reif-Eisenbank-Berater noch, Krypto ist unsicher und er darf nicht in Bitcoin investieren. Genau, tatsächlich, das hat meiner auch gesagt, er darf selber nicht drin investieren. Er findet spannend, er hat auch immer sehr neugierig mit mir gequatscht, wollte natürlich irgendwie das Auto versichern und irgendwie, ob ich nicht doch einen Kredit brauche, keine Ahnung. Und ja, er selber darf keine Kryptos haben. Vielleicht ändert sich das ja jetzt, vielleicht darf er das ins Depot nehmen. So, ist jetzt auf jeden Fall lauter optimal. Ja, ich vergesse das manchmal, aber ich werde jetzt das Mikro natürlich hier auf so eine Box draufstellen. Genauso wie dieser Bitcoin da in der Luft schwebt, ist auf jeden Fall besser. Guten Abend zusammen, Rainer ist mit am Start, sehr, sehr cool. Immer mit dabei, Rainer, freut mich. Richtig, richtig cool. Rüdiger folgt. Moin aus dem Sauland, warum so leise heute? Es ist wirklich so leise, Tatsache, okay. Sei, 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 Seicoin, schauen wir uns gerne an. Okay, also ich habe da oben eben schon gelesen, DYDX, Uniswap und wo waren wir noch? Ein paar Coins einfach. Sushiswap, schauen wir gerne die Charts an. Echt beschissen, wenn Banken mitspielen. Du musst ja nicht mit den Banken, die nehmen Bitcoin aus dem Umlauf. Optimal. Also wenn der Preis sogar noch günstig bleibt und weniger Bitcoins da sind, optimal. Ich zeige das einfach nochmal gerne her. Ich wollte eigentlich über 30.000 Dollar keine Bitcoins mehr kaufen, aber jetzt, wo man natürlich mit Spot, ETF und Co. vielleicht ein bisschen in die Zukunft ziehen kann und die Preise ein bisschen abschätzen kann und wirklich institutionelles Kaufen passiert, schaut euch mal auf meinem Tageschart meine Bitcoin-Käufe an. Also hier hat es, davor hat es noch nicht mitgecheckt hier, aber ich kaufe ständig die ganze Zeit bei jeder Korrektur auf dem 4-Stunden-Chart. Ich kaufe ständig Bitcoin und Krypto, immer wenn ich irgendwo Dollars drauf habe oder irgendwelche, was auch immer mache. Es wird immer Bitcoin gekauft, weil ich glaube, es wird halt richtig, richtig heftig werden. So, bist du immer noch im Bonk-Grid-Bot drinnen? Ja, bin ich. Ich wollte euch diesen von Ding zeigen, das machen wir schnell von Q&T. Schauen wir mal. Der oberste ist von Solana, also der ist jetzt noch gar nicht aktiv, der hat 455 Dollar drinnen, der ist mit 3,80 Dollar noch im Loss, also da hat sich nicht viel getan. Der drunter ist dieser Q&T-Grid mit 400 Dollar, 2 Dollar, dann haben wir da den Kasper Grid, der ist irgendwie break-even mit 300 Dollar noch und da drunter, der ist krass, 300 Dollar, 480 Dollar Arbitrum-Grid, 120 Dollar im Gewinn, 113 Dollar im Gewinn, 316 Dollar im Gewinn, 14 Dollar im Gewinn. Das sind halt, die muss man lange laufen lassen. Der Bonk, den habe ich auf Bitget geöffnet. Ein Thema zu den Grid-Bots, ihr könnt euch das gerne, machen wir noch eine kurze Erklärung, was das überhaupt ist, mit was ich da zu tun habe. Könnt ihr euch gerne auf meinem YouTube-Kanal ansehen, weil das ist eine super Sache. Also auf Altcoins gerade sind Grid-Bots massiv krass. Ich sehe 40 Zuschauer, freut mich natürlich. Jetzt machen wir noch eine Sache gemeinsam, würde mich natürlich mega freuen. Hier den Daumen nach oben noch schnell da lassen und jetzt schauen wir uns auch das Grid-Bot-Thema an, bevor wir das doppelte und dreifache Echo mitbekommen. Hier sind diese Grid-Bot-Dokumentationen. Über 400 Tage habe ich die schon laufen und das ist eigentlich auf Altcoins eine absolut gute Mischung. Und hier jetzt noch mein Bonk-Grid. Zack, ich glaube, ich habe die Parameter in der Telegram-Gruppe geteilt gehabt. Der läuft jetzt seit, mit Spot ohne Hebel, 300 Dollar gegeben, 38 Dollar im Profit und der läuft seit drei Tagen, acht Stunden. Das sieht man hier mit der professionellsten Bildschirmübertragung überhaupt. BGB ist noch drauf und bei Pepe und bei Wojek, die sind noch im Loss, aber die halte ich da einfach. Matic auch noch ein Grid. Also Grids sind absolut cool zum Liquidität abfischen, zum Volatilität profitieren lassen. Der ist natürlich für den kommenden Bullrun optimal, wenn die Altcoins ein bisschen hin und her dingsen und einfach nicht ausbrechen wollen. Meine Ethereum, die zeigen wir auch noch her, einfach weil, dann haben wir das ein bisschen vollständig wieder mal geupdatet. Das ist wirklich so, finde ich fast besser, wie Krypto-Indizes, wo Rebalance oder was auch immer wird. So diese Grid-Bot-Dinger. Schauen wir mal, Future laufend. Muss man das wieder großstellen. Zack, hier auf BingX, das sind die 115 Dollar im Profit, 39 Dollar im Profit. War aber auch schon mehr bei Lido. 90 Dollar im Profit, da haben wir noch nichts. Und Paper Grids, die sind irgendwo, irgendwo mit drin. Und das soll es nicht gehen, um die Grids, aber einfach uns gezeigt zu haben, da ist einer mit 48 Dollar im Plus, der andere noch mit 109 Dollar im Minus. Schauen wir mal, was da rauskommt. Aber ja, gut. Vergiss nicht, die Katzen ausreichend zu versorgen. Ja, die Katzen hier, ich werde ihnen noch ein Kilo Breckis irgendwie raus und hinschmeißen, wenn ich hier wegfliege. Coole Dinger hier auf Zypern, einfach so viele Katzen. Bist du immer noch im Bonk-Grid? Yes, genau. Die wollen halt auch mit in den guten Zeug spielen. Ja, die müssen irgendwann mal gute Produkte anbieten, die Bank. Und das Krasse ist, ich weiß nicht, ob ihr das Ding kennt. Wenn du in Österreich bist, Deutschland, ich weiß nicht, wie es mit Aktien Co. ist, aber ich denke, da ist auch eine Steuer drauf, wenn ihr die verkauft, Kapitalertragssteuer, was auch immer. In Österreich, du kaufst zum Beispiel Aktien und verkaufst sie nach 20 Jahren, hast du ein 10x gemacht, aus 100k hast du eine Million gemacht, dann hast du 27,5% Kapitalertragssteuer und wenn du in Österreich eine fondgebundene Lebensversicherung machst, Lebensversicherung, braucht man nicht reden, ist eine Katastrophe, aber wenn du eine fondgebundene Lebensversicherung machst, kaufst du im Hintergrund zum Beispiel einen Fonds, eine Real Estate Anteile und was auch immer, jeden Monat besparst du die, hast die ersten 2, 3 Jahre eigentlich nicht so die Rendite, die rausspringt, weil da wird die ganze Versicherung und die ganzen Kostenprovisionen, Maklerprovisionen im Endeffekt mitgegengerechnet oder abbezahlt, aber wenn du jetzt 100 Euro im Monat in Kryptos reinschmeißt oder in ein Kryptoprodukt, das auch die Versicherung als Rücklage nimmt, dann kannst du Folgendes machen, du zahlst dann nicht die 27,5% Kapitalertragssteuer, wenn du verkaufst, sondern du zahlst nur beim Einzahlen 4% Versicherungssteuer und beim Verkauf, wenn du das auscashst, gibt es keine Kapitalertragssteuer, also das ist ein richtig krasser Tipp, ich kenne da einen Vermögensberater, ich bin da mit ihm schon länger am Quatschen gewesen, das Problem ist, ich habe ihn auch gefragt, gibt es da die Möglichkeit, dass ich ihm das Geld, das sind glaube ich 370 Euro im Monat, die ich in diese Aktienfonds oder Lebensversicherung einzahle, gibt es eine Möglichkeit, dass ich zum Beispiel Coinbase Aktie oder was auch immer irgendwie mit Kryptovolatilität mitnehme und er hat gesagt, es nimmt keine Versicherung, leider diese Art von Assets an, weil so viel Betrug in dieser Branche passiert, also das ist der aktuelle Stand der Dinge, vielleicht mit einem Bitcoin Spot ETF wird es dann möglich sein, in Österreich Kapitalertragssteuer frei, nur mit der Versicherungssteuer 4% in Krypto zu besparen, natürlich gibt es eine Performance Fee bei diesen Dingern von 1-2%, aber wenn die natürlich vielleicht Exchange Traded ist es ja, wenn die da vielleicht ein bisschen Bitcoin sogar outperformen könnten, weil die einen 1,2er Hebel drauflegen oder so, irgendwie halt, das wäre natürlich eine mächtige Sache, gibt es natürlich, wenn da jemals was möglich ist, gibt es ein Video, gibt es ein Update und ihr könnt dann auch Finanzprodukte bei mir kaufen, echte, regulierte, tatsächlich funktionierende Finanzprodukte. So, cool, hoffe jeder kauft dann auch Best, Psytrends, Goatrends, Rave und Krypto, danke für den Kommentar, genau das ist ein guter Stichpunkt, ich hätte ihn jetzt übersehen, weil bei Bitpanda, und ich liebe ja grundsätzlich Börsentoken, gibt es einen eigenen Token, der Best-Ekosystem-Token, der Bitpanda-Ekosystem-Token, den bekommt man auch, wenn man die Plattform nutzt, jeden Monat, glaube ich, rebalanced, Tatsache, mir zeigt es ja an, du hast 48 Dollar in Best, also ich hatte da mal, glaube ich, einen Airdrop bekommen, der war dann 1200 Dollar wert und, durchschnittlicher Kaufpreis, war das auf dem Account? Es muss auf dem Account gewesen sein, aber wie ich auf das komme, keine Ahnung, der Bitpanda-Ekosystem-Token, der hat mit 1, 2 Cent oder so gestartet im Airdrop, für 34 Dollar habe ich 1200 Best bekommen, der war dann eh irgendwo 1200 Dollar wert, das war richtig, richtig gut, nee, für 34 Dollar, ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall ganz brauchbar, anscheinend ist mein durchschnittlicher Kaufpreis, vielleicht kann der was werden, er könnte theoretisch davon profitieren, wie sieht es bei den Tokenomics aus, wie viel von deren Revenue fließt, dort rein, eine Milliarde ist hergestellt, wovon 500.000 beim IEO, der übrige Bestand wird von Bitpanda als Unternehmensreserve gehalten, die Erträge werden genutzt, um Bitpandas Vision Investment demokratisieren, wieder ein Stück näher zu kommen, sowie Plattformen weiterhin wachsen zu lassen und und und. Gut, ich muss mir die Tokenomics ansehen, was dort bei Backburn mit dem Revenue passiert, aber das ist schon gut, weil wenn du einen Krypto-Börsen-Token hältst, dann hast du da irgendwie zwar nicht die Aktie, aber bei Binance ist der BNB keine Aktie, der Bitka-Token ist keine Aktie, der OKEx ist keine Aktie und auch der Best ist keine Aktie, Treueprogramm und hier bekommt quasi jeder Bitpanda-Ecosystem-Token, Best-Token-Holder jeden Monat Rewards auf seine Transaktionsgebühren berechnet. Da ist halt dann schon die Frage, wie viel da noch kommt, aber Market Cap von Best ist glaube ich ziemlich, ziemlich low. Best, schauen wir mal, wo der überhaupt überall gelistet ist, ich glaube, der ist kaum wo handelbar, außer auf Bitpanda. Market Cap 309 Millionen. Okay, im Umlauf haben wir 309 Millionen. Volumen, zack, ziehen wir mal hier rein, Volumen. Stimmt, normalerweise müsste so ein Coin pumpen und wir haben das jetzt eh gesehen, innerhalb von einem Tag, oha, ja okay, ja okay, komisch, also der Chart sieht ein bisschen zerfetzt aus hier. Aber, zu den Token, wir haben 300 Millionen Market Cap, ob die stimmt, das ist hier, ist nicht verifiziert, müsste irgendwo auf CoinGecko sonst sein. Hier habe ich noch Cubic Offen, das ist ein Altcoin, den ich mir gekauft habe und ich habe mir auch Myra heute noch gekauft, aber es ist Spielerei, da mache ich mal ein kleines Small Cap Video dazu, was vielleicht gute Risk Dinger sind oder Risk Reward recht gut aussieht. Hier haben wir ein Handelsvolumen von 400, ja das kann nicht stimmen, diese Daten, da sind nicht 350 Volumen drauf, das wäre wahrscheinlich viel mehr. Ja, auch 300 Millionen, verwässerte Bewertung, aber wie viel ist im Umlauf, gesamtes Angebot, maximaler Vorrat, Umlaufangebot. Also sehr intransparent, weil es halt schon ein absoluter zentraler Exchange Token ist, self-reported, also nur von Bitpanda die Report gibt es hier. Ist das ein ERC20 Token, Ethereum? Ja, weil dann können wir das auf Deckscreener, Deckstools eigentlich ansehen. Deckstools, schauen wir mal, was dort rausgespuckt wird. Wir haben ja die Blockchain, jetzt brauchen wir nur noch die Fähigkeiten, diese ganzen Dinge anzusehen. Best Liquidität, ja gut, also da siehst du auch wieder, das kann nicht mit 1000 Dollar Liquidität funktionieren, da wird der Kurs hin und her springen und wahrscheinlich wird hier auch der Trading, Coin Market Cap Preis herkommen. Ja, nee, also, Price Slippage Liquidität, ja da sind 1400 Dollar Liquidität drin, das ist niemals, niemals der echte widerspiegelnde Wert von Bitpanda Ecosystem Token. Wie gesagt, schließen wir mal den ein oder anderen Tab, People Waiting in Line, immer noch ein super Mean. Den packe ich euch noch, den Beitrag könnt ihr erst erst googeln und ich packe ihn noch in die Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir noch ein paar Altcoins durch, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Bitpanda schließen wir mal, Hongkong-Ding brauchen wir auch nicht mehr. Und da haben wir jetzt Curved, DYDX, Uniswap, SushiSwap. Bei Uniswap, den halte ich, habe ich mitbekommen, der ist ja sehr stark abgegangen. Ziehen wir noch die Chartbilder hier schön rein, dass man den Ticker sieht. Sieht man das gut? Sieht man gut. Zack, zack. So, so, so. So, Uniswap. Uniswap. Der hat ja gut profitiert aufgrund, wahrscheinlich weil Binance ein bisschen einen Blechschaden bekommen hat in den letzten Tagen und Wochen. Und dann auf Dezentrales gewechselt wird. Krass. Uniswap, also mein durchschnittlicher Einstiegspreis ist zwischen 5 und 7 Dollar, also da wo wir jetzt herumrangen. Ich würde bei Uniswap eins machen. Und da muss man jetzt aufpassen, weil Uniswap, warte ich lange und ich habe den bei den News gekauft, dass Uniswap von den Gebühren, die auf Uniswap passieren, 0,05% an die Token Holders geht. Da dachte ich mir so, hey, wenn das wirklich passiert, cool und ein bisschen Revenue Share mit knacken. Also dann wie ein Zex-Token von der Börse, optimal. Und mich erinnert der Chart jetzt, und das hat absolut sehr gut funktioniert, diese Trade-Bewegung, an den Chainlink-Chart. Ewig lange Konsolidierung im Bärenmarkt, eine eindeutige Resistance und dann ein möglicher Ausbruch. Also ich würde hier definitiv ein Auge drauf werfen, wenn man hier, und das ist eigentlich gerade am passieren, wenn man hier nachhaltig mit einigen Tageskerzen, die geschlossen sind, haben wir uns das Volumen dazu. Volumen, es ist da, das ist die höchste Kerze seit hier November. Also seit einem Jahr das höchste Volumen auf diesen Token. Ja, wieso nicht? Also da würde ich jetzt auf jeden Fall Low-Leverage und Long-Position reinsetzen. Mal schauen, ob ich nicht überall in Longs drinnen bin, was Copy-Trading angeht. Da habe ich ein paar Chainlink-Longs, die hängen noch, die warten noch, geteilter Trade, Trade-Teilen. Schauen wir mal, ob da noch USDTs drauf sind. Ein bisschen was kann man auf jeden Fall draufsetzen. Chainlink, gehen wir rein. USDTM, Uniswap, Top-Ausbruch. Das kann man so mit einem Zweier-, dreier Hebel, zack, bestätigen. Market, Uniswap, kaufen. Mindestbetrag 60. Müssten wir den Hebel erhöhen, ich schicke mir da auch ein paar USDT drauf, weil das Konto in Gebrauch ist mit den USDT. Das ist eigentlich ein optimaler Ausbruch. Preisfindung, erstes Ziel hier, schon mal die 15 Dollar um den Dreh herum. Zeichnen wir uns auch mal gleich ein. Hier haben wir diese wunderschönen Rectangles. Take Profit, in die Richtung würde ich auf jeden Fall einen setzen. Man könnte auch, wenn man es nur konservativ mit hohem Hebel tradet, hier schon bei den 9 bis 10 Dollar. Da kann man schon den Take Profit setzen. Und sonst, Spot würde ich entweder, wo haben wir unseren schönen Stift, würde ich irgendwie so, so eine Price Action, dass bei diesen großen Bereichen, wo viel Volumen war, wo mal abverkauft wurde, abverkauft wurde, als wir drüber sind, massiver Ausbruch gewesen ist, da würde ich schon ein Auge drauf halten. Und ich sehe gerade, ich habe genau den Ausbruch, den wir jetzt haben, ein bisschen überdeckt. Machen wir mal ein bisschen von dieser blauen Tinte wieder weg und dann könnt ihr euch das ansehen. Das ist für mich eigentlich ein brauchbarer Ausbruch. Was man oft sieht, ist nochmal ein Abverkauf, eine Art Retest und dann wird so ein Dip gekauft, wenn es ein organischer, guter, funktionierender Pump ist. Ähnlich auch bei LidoDAO, da hat man es wunderschön gesehen. Wir waren hier long positioniert. Dann hat es uns mit einer Stop Loss im Profit, weil ich zu vorsichtig war, das rausgeholt. Aber die Spot Käufe sind absolut gut im Profit. Dementsprechend gute Sache. Uniswap darf man da auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Die Y, die X war noch mit dabei, Sushiswap war noch mit dabei. Schauen wir mal ein bisschen durch. Okay, das ist die Market Cap, die brauchen wir nicht. Spiegelt aber den Token hier sehr gut wider. Jo, das ist ein guter Ausbruch. Das ist ein guter Ausbruch. Also in dem Fall, wenn ich hier so eine Art W-Pattern reinknalle, habe ich hier eine Trendlinie, zack, eine, die gebrochen wurde. Wir sind zwar noch darunter, aber das wäre so schön zu sehen, wenn du den Retest hast, bei den 3,70 Dollar nochmal aufgekauft wirst und diesen Hochpunkt dann noch einmal übersteigst im laufenden Kurs, dann würde ich hier definitiv auch nochmal überlegen, vielleicht Spot zu kaufen, eine Long-Position zu setzen. Ich glaube, die Y, die X, die sind auch recht profitabel. Schauen wir uns ganz kurz an auf Token Terminal. Das ist eine Plattform, wo du verschiedene Defi- und Kryptoprojekte ein bisschen durchleuchten kannst, was deren Profite, was deren Umsätze angeht. Financial Statements von die Y, die X haben wir 500.000, 1,6 Millionen, minus 120.000, minus 106k. Okay, da geht es auch rauf und runter. Was haben wir für Token Incentives? 6 Millionen, wow, okay, okay. Die haben im Monat eine ordentliche Token Ausschüttung, also das sieht man hier und trotzdem auch Profits mit drinnen. Net Deposits, Trading Volume, 29 Billionen Dollar. Also Volumentechnisch sind die schon gut dabei mit einer Billion Dollar pro Tag im Schnitt für den November. Und der November ist noch nicht vorbei, also die haben über eine Billion Dollar Revenue am Tag. Vielleicht auch nicht so schlecht. Also die Y, die X kannst du mitnehmen, wenn du halt gambeln willst. Ich bin beim Palm Swap Launch mit dabei gewesen. Das war auf jeden Fall profitabel zum Abverkaufen. Einen Hack hat es gegeben, ein bisschen Black Swans hat man dort gesehen. Aber die haben dort 80% der Kundengelder wieder zurückbekommen. Auch ein Thema mit KyberSwap und Co. Also DeFi-Protokolle auch eine sehr schwindelige Sache. Darum ist für viele Endnutzer eigentlich so ein Produkt von der Bank optimal. Das zentrale Exchange-Problem ist, glaube ich, bei der Bank das Risiko doch etwas niedriger, als wenn du jetzt eben ein DeFi-Protokoll nimmst, das unregelmäßig auditiert wird. So, jetzt gehen wir noch weiter. Ich denke, SushiSwap, das überfliegen wir nur ganz kurz. Die sind etwas kleiner, mehr Volatilität sicher möglich. Hat ja auch einen starken Ausbruch und sieht eigentlich gar nicht so blöd aus. Ja, wenn man SushiSwap jetzt als einen Favorit hat, überzeugt davon ist, dann bist du hier noch definitiv in der Art von Bodenregion drinnen. Der Kurs ist ausgebrochen, das Volumen, das passt. Und aus dieser Konsolidierung, wenn man dir das auf einen 4-Stunden-Timeframe ansieht, dann hast du hier definitiv eine Art Konsolidierung nach dem Ausbruch. Zack, 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 das ist genau, was man sehen möchte. Und diesen Ausbruch kannst du dann traden. Potenzielles Ausbruchsziel aktuell bei 1,80 Dollar. Das ist prozentuell im Spot-Bereich. 60 Prozent Profit. Merken wir uns einfach so, geben wir uns auf die Favoritenliste mit drauf. Und dann hätten wir hier mit einem 2er, 3er Hebel potenziell. Das kann auch voll in die Hose gehen. Wir können auch hier nochmal auf die 50 Cent runtergehen. Das ist auch möglich, wenn jetzt kein Hack oder sonst was passiert bei SushiSwap. Dann kannst du hier mit einem Hebel 60 Prozent, mit einem 2er Hebel schon 120 Prozent. 5er Hebel wären 300 Prozent, aber das ist schon ein bisschen zu risky. Würde ich persönlich nicht raten, einen hohen Hebel zu nehmen. Wie man einen hohen Hebel aufbauen kann, das kommt morgen im Video. Dort habe ich ein Video aufgenommen zum Trades hochskalieren. Ich bin auch mit meiner eigenen Position, die ich auf der Börse Femex habe, von einem 2er Hebel auf einen 2,5er und dann auf einen 3er Hebel gegangen. Sehr, sehr konservativ. Aber das wird einfach so eine Bullrun-Position, die ich gerne mitziehen möchte. Und auf dem Account, also nur damit ihr das versteht, mit wenig Risiko, da sind jetzt 16.000 Dollar auf diesem Account. Und in der Position selber habe ich 2.900 Dollar. Also ich trade hier mit wenig Teil von dem, was ich eigentlich als Risiko oder Trading Guthaben auf den Account gegeben habe. Insgesamt aktuell hier unten siehst du es ein 3er Hebel drauf. Wie du hochskalieren kannst, das kommt auf jeden Fall morgen dann im Video. So, das zu DYDX, das zu SushiSwap. Richtig cool, um das zu prüfen, wie viel Revenue die machen. DYDX kann man auf jeden Fall mit reinnehmen. Uniswap-Nummer als Beispiel, was für eine Hausnummer die sind. Wie brutal profitabel die teilweise sind. Minus 53 Dollar. Monthly, weekly, yearly, financial statements. November, Total Volume, auch eine Billion am Tag. Aber wahrscheinlich das meiste eigentlich Spot-Volumen. Wahrscheinlich Trading Volume, Net Deposits. Gut, es kann nicht sein, dass die 750 Dollar haben. Da wird es hier wohl einen Fehler geben. Aber gut, kann man da noch dazunehmen. Jetzt haben wir noch ein paar andere Coins. Die gehen wir natürlich gerne noch durch und lesen die paar Kommentare auf jeden Fall noch durch. Say, okay, den haben wir noch drinnen stehen. Was ist dort passiert? Say, 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 Tether US Binance. Ja, ich habe den irgendwo hier mal so geschortet. Die ist auch schon geschlossen, diese Short-Position. Aber der sieht für mich so aus, als würde er mal ausgebottomt sein. So ein schönes Rounding Bottom geformt. Hier so, wenn du dann irgendwo so einen Ausbruch hast, wo es langfristig dann nach oben geht, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ich bin da weder im Projekt drinnen, beziehungsweise ich glaube, es gab eine Farming-Periode auf Binance. Ich glaube, die habe ich aber abverkauft gehabt. Als das möglich war, müsste ich nachschauen. Kleine Position, wenn du fundamental davon überzeugt bist, optimal, wenn dort etwas passiert, wenn dort fette News rauskommen, kannst du gerne mal irgendwo mit reinnehmen. Wenn du denn hast, ein 2x vom Boden gemacht, ist natürlich auch optimal. 111 Prozent, ja, gut. Echt beschissen, wenn Banken mitspielen. Ach so, haben wir schon gelesen. Yes, Katzenfüttern haben wir auch schon gehabt. Bafin in Deutschland, genau, Bitpanda ist Bafin reguliert in Deutschland. Danke dir. Grüße aus Wien von Christian Schrödel. Freut mich. Perfekt, Wien sind wir eh demnächst. Satoshi Germany wieder mit am Start. Auch cool, dass du so oft dabei bist. Freut mich. Was sagst du zu Binance? Denkst du, es ist riskant, das Geld auf Binance liegen zu haben? Häufig gestellte Frage, und das ist immer so eine eigene Sache. Ich denke, Binance hat diese Tragödie oder diese Klage, weißt du, die sind jetzt frei. Es ist so, die haben verbrochen ohne Ende. Also die haben möglichst viele Sachen zugelassen. Hauptsache Profit und Transaktionsgebühren springen für Binance raus. Und die USA hat gesagt, naja, schau her, ihr habt da das, das, Ananas, Finanzierung, Probleme, illegale Transaktionen, 100.000. Ich habe mir das sogar als Notiz rausgeschrieben. Pass auf, 100.000 Transaktionen im Zusammenhang mit Terror, 1,5 Millionen Transaktionen, die gegen US-Sanktionen verstoßen hatten oder zum Umgehen waren, Transaktionen zwischen USA-Kunden, iranischen Kunden, haben nie eine einzige verdächtige Transaktion reportet, gemeldet. Binance muss alle Transaktionen rückwirken. Also da steht jetzt noch ein bisschen Arbeit bevor, weil die müssen jetzt tatsächlich rückwirken, das Ganze aufrollen und dies, das. Und dann kann die Strafe nochmal erhöht werden. Aber grundsätzlich ist es so, jo, ihr müsst es nur bereitstellen. Für das, dass ihr es getan habt, dass ihr es zugelassen habt, müsst ihr jetzt 4,3 Milliarden Dollar Strafe zahlen in Summe. Und ja, die Verfolgung, das muss ja dann rechtlich die Exekutive oder eben diese Instanz machen, wie die USA jetzt zum Nachverfolgen. Aber dass es zugelassen wurde, ist jetzt im Endeffekt schon okay. CC muss gehen für drei Jahre. Ein neuer CEO ist da, der ist auch im World Economic Forum aktiv. Der hat Erfahrung bei Binance, ist der Global Market oder eben dieser Marktanteil-Ding-Chef gewesen und Global Area, irgend sowas war der. Also ich denke, Binance ist gut. Ich habe tatsächlich ein bisschen was von meinem BNB noch einfach so abverkauft, dass man es einfach gemacht hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das lästig ist. Ich freue mich immer über die Binance Launchpads. Und da sind es auch immer ein paar hundert Dollar, die man mitnehmen kann. So, Wi-Fi ist in Wien, bietet jetzt Krypto-Unterricht an. Wi-Fi in Wien, das wäre Wirtschaft, Finanzen. Ne, das ist ja eigentlich so eine, Wi-Fi, da lernst du das. Das ist ja so wie eine Erwachsenenschule teilweise für Nachlernen von Berufen. Finde ich krass, Krypto-Unterricht, was dir das Ganze bringt. Du musst ja nur über Bitcoin wissen. Da tun wir auf jeden Fall ein paar Bitcoin-Videos die Woche. Aber gut, YourCrypto, du schreibst. Wenn du dir einen Altcoin kaufen müsstest und diesen 5 Jahren wieder verkaufen kannst, welchen Angehörig würdest du wählen? Mit Ausnahme von Ethereum. Ich würde mir einen Börsencoin kaufen, weil eine Börse, die macht Cash. Eine Börse, da würde ich aber eher sagen, auf 5 Jahre gesehen würde ich eine Börse nehmen, die es schon mindestens 5 Jahre gibt. Da würde ich tatsächlich den Binance Coin nehmen. Nicht, weil ich dann den absolut massivsten Revenue draus schlage, sondern weil ich dann das Geld in 5 Jahren am besten irgendwie mit Kaufkrafterhaltung noch haben möchte. Deswegen würde ich den nehmen. Oder ich würde mir irgendeinen Coin nehmen, den es schon 5 Jahre gibt, der auch nicht schlecht performt hat. Da würde ich fast sagen, ist Dogecoin, auf 5 Jahre gesehen, ist Dogecoin eigentlich eine okay gute Sache. Du kannst aber auch darauf spekulieren, dass halt diese Metaverse-Token durch die Decke gehen. Wenn ich einen kaufen würde, ich würde bei Binance Coin bleiben, weil ich ganz, ganz ehrlich bin, würde ich sogar den Binance Coin nehmen. Aber ja, es ist einfach jetzt so, ich möchte danach Geld haben und ich möchte danach nicht reinschauen, ob 0 oder eine Million dasteht. Weil in 99% oder mehr als 99% der Fälle steht 0 da. Und das möchte ich eben nicht. Und ich möchte mit etwas mehr Sicherheit zumindest meine Kaufkraft noch haben. Hast du dir schon Tena angeschaut? Die letzten zwei Wochen richtig gute Fees. Brutal gute Fees. Brutal. Was ich mitbekommen habe, Tena innerhalb von 24 Stunden, was waren es? 150.000 Dollar Fees. Ja, okay, diese Anzeige von Token Terminal, die kann nicht stimmen. Dann gehen wir mal auf Twitter. Tena, also wow, wow, wow. Und da nehmen wir natürlich unsere Ehrenquelle. Crypto, Crypto FL. Ich glaube, er ist der Live-Ticker. Er ist so der Live-Ticker von, haben wir den? Crypto FL, Tena. Wenn ich dort Tena eingebe, dann muss er doch irgendwie unter den Top-Dingern reinkommen. Tena, Tena, Tena. Da ist er, unsere Crypto FL. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Zack, VE33-Plattformen haben wir ein bisschen bearbeitet. Tena, AirDrop mitgenommen. Waren auch ein paar, ich glaube, 1.100 Dollar oder so in die Richtung. Und da kann man mal nachsehen. Returns, Returns, Returns. Wo sind die dicken Umsatzzahlen? KuCoin, Inflows on Exchanges. Gut, postet mehr als nur Tena, Tena, Tena. Today 26.000 Dollar Fees auf der Binance Smart Chain nämlich. Wie viel macht die Binance Smart Chain Fees am Tag? So 50 bis 150.000 Dollar. Die sind auf Binance eine absolute Maschine geworden. 24 Stunden Trading Volume, 50 Millionen. Gut, wenn wir ansehen, dass zum Beispiel auf DYDX und Co. eine Billion am Tag ist, mit viel Leverage und Co. ist natürlich heftig. 70.000 Dollar Fees bei einem BSC-Projekt. Auf einer Binance Smart Chain. 70.000 Fees, das ist gigantisch. Eigentlich müsste man das Zeug einfach kaufen. Der Token ist eh sehr niedrig. Also beim Tokenpreis, das ist wieder so ein Coin. Wenn du den siehst, den wirst du nicht kaufen, weil der sieht tot aus. Aber man muss sagen, man muss eigentlich irgendwie, Tena, muss man irgendwie kaufen. Bei diesen Zahlen, bei diesen Zahlen, sieht er aus, als wäre er ausgetoppt. Er ist inflationär, der Coin, ja. Aber RealYield passiert dort. KryptoFL, ich schreibe dir noch die tagende Nachricht. Wenn du mir ein Update geben kannst mit Tokenomics, Buybackburn, RealYield, was dazu passiert, lasse ich mich da gerne nochmal ein bisschen brainwashen zu dem Thema. Weil die Zahlen sind einfach gut, da kann man nicht Nein sagen. So, Uniswap könnte nochmal hochgehen ab 6,30 rein. Fast einen Gridbot irgendwie starten. Also bei mir sind die USDTs jetzt überall auf diesen Börsen wieder auf irgendwelche Gridbots aufgeteilt. Aber ich schicke mir da auf jeden Fall mal was hin oder vielleicht mache ich das eher auf BitGet. Ein paar hundert Dollar auf Uniswap ist ein Gridbot sicherlich gut. Ich habe da irgendwie so 200, 300 Token um den Dreh herum noch. Das reicht mir eigentlich spot. Kann man sagen, was es mir diese enormen Transaktionsgebühr auf sich hat, Manuel? Ja, das ist auch ein Hammerthema. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, es gab eine Bitcoin-Transaktion, die über 3 Millionen Dollar an Gegenwert an Gebühren bezahlt hat. Wir nehmen uns da kurz den Blog-Trainer-Beitrag raus. Mega coole Berichterstattung immer. Ja, es wurden 85 Bitcoins, Transaktionsgebühren bezahlt. Das ist, wenn du automatisch die Transaktionsgebühr berechnen lässt oder einfach die schnellste nimmst. Da hat es wohl einen Fehler gegeben. Ein Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks bezahlte mehr als 83 Bitcoin-Transaktionsgebühr mit dem Gesamtwert von 57 Bitcoin. Nach dem empfohlenen Gebührenraten von Mempool Space war der effektiv bezahlte Gebührensatz damit mehr als 500.000 Mal höher als eigentlich notwendig gewesen wäre. Damit ist die Transaktion der neue Rekordhalter der höchsten Transaktionsgebühren im US-Dollar zum Zeitpunkt der Bestätigung. Ja, im Bitcoin-Netzwerk funktioniert es so. Das ist wie ein Marktplatz und jeder, der irgendwie genug zahlt für die nächste Transaktion, dass meine Transaktion durchgeht im nächsten 10-Minuten-Block, da suchen sich die Miner die Transaktionen raus mit der höchsten Transaktionsgebühr, die das meiste bieten, dass sie schnell im 10-Minuten-Block drinnen sind. Und ja, wenn viel Nachfrage ist, wird viel geboten. Wenn wenig Transaktionen passieren, dann kommst du auch mit einer niedrigen Transaktionsgebühr schnell in den nächsten oder übernächsten Block rein. Und es wird ja immer bei einer Bitcoin-Transaktion was vorgeschlagen und zwar, ja, zahl halt so viele Satoshis oder eben hier für eine schnelle Transaktion zahlst du irgendwie das Doppelte. Vielleicht zahlst du dann 5 Dollar. Und hier hat es wohl den Fehler gegeben, dass einfach eine falsche Anzahl angezeigt wurde, dass hier nicht 10 Dollar, sondern 57 Bitcoin die Transaktionsgebühren waren. Da wollte ich noch so eine coole Token, Dex Tools, Liquidation, ah, da haben wir das, eine coole Ding zeigen. Da seht ihr mal, wie viel Mempool-Volumen immer bei Bitcoin herrscht. Die heißt TX-Street, also Transaction-Street. Hier haben wir Arbitrum, hier haben wir Bitcoin, Last Block, okay, ist gerade ein Block passiert. Da siehst du immer, was Transaktionen reinkommen bei Bitcoin. Das ist immer eine ganz nette Veranschaulichung. Ziehen wir ein bisschen das Fenster so kleiner, so. Und Arbitrum One, also das muss entweder jetzt ein Fehler sein oder Arbitrum ist tot. Im Vergleich dazu ist Bitcoin Cash einfach eine Wucht. Bitcoin Cash mit doppelt so großen Transaktionen, hier ist wieder mal vielleicht mit einem Ledger drin, kommt eine Transaktion und Bitcoin Cash kostet ein Zehntel Cent. Da ist wieder eine Bitcoin Cash Transaktion, sieht man das? Also das ist amüsant. Also Bitcoin rechts und Bitcoin Cash links. Es ist doch herrlich. Normal ist bei Arbitrum auch immer viel, viel mehr los. Arbitrum One. Genau, das ist übrigens die Bitcoin-Leiste mit diesen 167 Satoshi Gebühr zum Beispiel. Und hier ist mal die Low-Fee-Warteschlange, okay. Wenn du ganz wenig bietest auf dem Marktplatz, siehst du, wie lange du anstehen musst? Also ich glaube, länger lädt es jetzt nicht, aber zum Verdeutlichen, da ist ordentlich, ordentlich was los. Haben wir noch Ethereum selber, weil mich wundert es, dass auf Arbitrum jetzt nichts angezeigt wird. Bei Ethereum ist nämlich auch immer viel los. Hier wieder Bitcoin rechts, Ethereum links. Zack, aufgeladen, nächster Block. Und bei Bitcoin, jetzt ist schon ein Block durch, der hat zwei Minuten nur gedauert. Das ist, das ging schnell. Und Ethereum haben wir auch eine Warte. Gut, irgendwo muss da jetzt ein Fehler sein, weil die Warteschleifen so verteilt werden. Aber da sieht man, hier, der bezahlt jetzt mehr für seine Transaktion. Der darf vordrängeln, der darf in einen früheren Block. Und dann wird wieder irgendwie reingespült. Also ein bisschen Ladefehler hat die Seite schon, da ist immer viel Bewegung mit drauf. Und wahrscheinlich ein bisschen Abweichung zu den echten Blockchain-Daten gibt es auch. Aber hier siehst du bei Ethereum, da sitzen entweder schon Leute hier drinnen, die irgendwie für diesen Block bezahlt haben. Ja, und so hat das auch funktioniert mit dieser 57 oder 83 Bitcoin-teuren Transaktion. Also der sitzt hier ganz vorne in diesem Zug drin. Also der ist im nächsten Block die allererste Transaktion, die durchgeht. Ja, wie viel das dann wert ist, ist eine gute oder traurige Rekordzahl, die man am besten nicht aufgestellt hätte. Aber so passiert das. Und schauen wir mal im Bitcoin-Mining. Meine Belohnung, durchschnittliche Block-Ding ist natürlich nach oben gegangen. Vielleicht haben wir den Block hier irgendwo, können wir den zurück aufrufen? 4.400 Megabyte, 260 Blöcke. Schauen wir mal, können wir hier zurückschauen? Geht das? Sieht man das? Ich möchte hier, ich möchte hier, das möchte ich sehen. Den hätte ich gerne im Block. Aha, 43. Tja, wir können zurückgehen. Megabyte, Transaktionen vor 50 Minuten, 3000. Aber wo sieht die hier, die Transaktionsgebühr? Mist, das sieht man hier nicht, aber man müsste das irgendwo bekommen können, die Daten. Vielleicht, vielleicht gebe ich mir da jetzt so eine 2-Stunden-Session nach dem Stream und suche irgendwie den Block raus. Aber das wird wahrscheinlich auf Twitter auch spielen, dass mir denn irgendjemand dort schon gepostet hat. Muss ich dann nur noch suchen. Aber ja, spannend. On-Chain-Daten, Bitcoin, ein bisschen herumlungern, das macht auf jeden Fall Spaß. So, Binance, Wifi, Kryptokurse, Tena angeschaut, Uniswap möchte noch hochgehen. Curve noch. Okay, schauen wir uns Curve an. Dort habe ich, glaube ich, bei 70 Cent gekauft, bei 80, bei 90 Cent. Dann ist er runter auf 50 Cent, wegen diesem Curve, ist Belien und dies, das, jenes. Habe ich auf jeden Fall immer wieder reingeschmissen. Das ist nicht, sei. Curve. Zack. Boah. 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 Ich würde gerne was Tolles dazu sagen, aber ich würde irgendwie abwarten, bis hier mal was in Richtung nach oben passiert. Boah. Boah. Bisschen, bisschen kritzeln, aber ich würde mich da jetzt nicht zu sehr drauf verlassen. Wir haben ein Lower Low reingemacht. Ja, wenig, wenig Stärke. Die Bags sind bei mir gefüllt, die sind unter einem Dollar gekauft worden. Das ist für mich eigentlich eine faire Einpreisung oder ein fairer Preis. Muss ich jetzt nicht im Bottom catchen, aber ja. Tadak, CryptoFL, bester Mann. Manuel, ich finde auch, Tena zahlt extrem viel Fies aus. Ja, das wird ja an Holder ausgezahlt. Mach doch mit CryptoFL ein Interview. Ja, werde ich auf jeden Fall mal fragen. Wird sicher was möglich sein. Börsencoin. Als Altcoin würde ich nur bei Best kaufen von Bitpanda. Ja, wenn du davon überzeugt bist, die könnten auch in fünf Jahren noch da sein. Also Bitpanda, die leben, die stehen, Bombenkooperation, also wirklich eine Megasache, was das Krypto-Ding angeht. Wirklich eine coole Sache. Vielleicht nimmt man Chainlink aus diesen fünf Jahres überlebenden Coin. Bei Chainlink ist es tatsächlich so, bei diesen 12 Dollar Retests oder irgendwo um den Dreh herum, genau, da habe ich nochmal Bitcoin in Chainlink eingetauscht. Zwei Long-Positionen noch im Copy-Trading aufgemacht. Da warten wir einfach mal Link-BTC, wie das im Link-BTC-Chart aussieht. Das war irgendwo hier mit drinnen. Das war noch eine kleine Link-Buy-Position. Den könnte man auch nehmen. Ripple wird es in fünf Jahren wahrscheinlich auch noch geben, wo der Preis dann steht. Schauen wir mal. Hat es auf jeden Fall dieses Jahr auch schon verdoppelt. Also besser performt als Cardano zum Beispiel. Das ist für Ripple gut. Sonst, das haben wir noch in den Kommentaren, was geht denn ab mit den Fees? Ja, es gibt teurer Fees auf Bitcoin, es gibt Fees bei Tena auf der BSC. Fees sind gut, Fees sind real yield. Was mit Bitpanda und Reifeisenbank? Da musst du den Stream bitte von Anfang an schauen. Geh im Replay gerne zurück. Es ist natürlich im Livestream nicht möglich, Timestamps mit reinzudrücken. Aber das mache ich mir auf jeden Fall heute noch einen Tee, hauen wir ein paar Timestamps mit rein. Und ich denke, wir haben eigentlich ganz gut das Thema gecovert. Richtig coole Sache. Also sobald es da Updates gibt, sobald es da News gibt, Bitcoin und Krypto-Dinger in meiner Banking-App auftauchen. Dann checken wir das Thema mal ab mit Gebühren. Dann schauen wir drüber mit, was für Krypto-Produkte gibt es. Ist das dann tatsächlich einfach nur ein Unteraccount, den du bei Bitpanda automatisch anmeldest oder hast du das tatsächlich in deiner Banking-App? Mega coole Sache, finde ich. Absolut cool. Ich hoffe, das ist auch bei dir in der Umgebung bald verfügbar. Nicht, dass du das kaufst, sondern dass du vielleicht anderen Leuten zeigen kannst, dass es einfach ein vertrauenswürdiges Produkt ist. Das Standing von Bitcoin und Co. ist anscheinend weit genug. Dass wir das als super gutes Asset hier jetzt in diese Banken und ja wirklich seriösen Angebote von Banken vielleicht reinbekommen. Self-Custody ist, glaube ich, unser Auftrag als Bitcoiner oder Krypto-Enthusiasten vielleicht dem einen oder anderen nahezulegen. Oder zumindest unseren Familienmitgliedern oder keine Ahnung was. Ich würde jetzt nicht irgendwie herumgehen, Tür anklopfen und sagen, hey, wir müssen da, ich habe bei der Bank gelauscht, du hast Krypto-Store gekauft. Wir müssen das auf dein Ledger ziehen oder so. Das würde ich natürlich nicht machen, aber wir haben halt die Möglichkeit. Wir haben das Wissen. Wir sind da auf jeden Fall lang genug schon vor der Bank dran gewesen und können halt wirklich jetzt den Leuten helfen oder wirklich noch krassen Benefit rausholen für alle, die sonst bei einem Kustodien kaufen. Aber wer bei einem Kustodien kauft, kann das ja auch gerne machen. Gut, ich denke, Kryptomarkt wird spannend. Morgen ist auf jeden Fall ein Video über das Trades hochskalieren, wenn dir das ganze Thema interessiert. Bitcoin heute noch ein Jahreshoch. Kann passieren. Also der Schock ist verdaut mit Binance, war mehr Tumult als was auch immer. Und ganz ehrlich, BlackRock kauft das Ding dann sowieso nach oben. Also ich glaube zu 100 Prozent, dass das Ding kommt und dass BlackRock die Institutionen das Ding richtig heftig raufpumpen werden. Ich habe das glaube ich hier mal geteilt mit dem... Boah, ich habe so viel geteilt immer genau hier. Reminder, Bitcoin, ETF, der kommt und der Goldpreis als der ETF war, sind natürlich einige Dinge passiert, aber der ETF hat wahrscheinlich super viel von diesem Bullrun bei Gold an Impact gehabt. Das heißt, die Unze ist das glaube ich nicht, das Gramm von 336 Dollar auf 1750 gestiegen in einem Zeitraum von 15 Jahren oder 16 Jahren? 16 Jahren, ja. Top Time Horizon und das Gute ist, wir müssen Bitcoin nicht verkaufen. Wir können Bitcoin irgendwann beleiern. Bitcoin ist Bonität. Bitcoin musst du nicht verkaufen in Zukunft und das ist eine hammerhart gute Sache. Schauen wir uns dann einfach an, wie es funktioniert, was da auf uns zukommt, aber der ETF, ich glaube ich könnte 20 Videos am Stück machen, wo ich nur predige, wie krass das werden kann. Dips sind ab jetzt Pflicht zu kaufen, ohne finanzielle Anlageberatung zu machen. Das ist jetzt ein Mantra, das ich mir einsage, um das hier richtig zu deklarieren. Denn Bitcoins kaufen bei jedem Tipp und ich kaufe nur noch Bitcoin und Altcoins, ich kaufe Bitcoin und das wird wild werden, wenn das Zeug so rar ist. Und das Bitcoin Netzwerk funktioniert auch, wenn nur vielleicht 100 Bitcoins in diesen Transaktionen und Umläufen herumgeschickt werden, weil die Blockchain läuft, wenn ganz viele ihren Supply zurückhalten, horten und wirklich diese Transaktionen über nur Satoshi mäßig herumgeschickt werden. Ja, optimal. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Unsere Aufgabe ist jetzt noch so lange, wir können Satoshis zu stacken, selber zu behalten, zu bewahren, mit Altcoins den Bitcoin out zu performen, noch mehr Bitcoin damit zu kaufen und für das beste Netzwerk, das beste Asset, das wir je gesehen haben, hier einfach nochmal uns die Bags voll zu stopfen. Meine Meinung, nimm es nicht für bare Münze, aber gerne mal reinschauen. DJ26, Grüße gehen wie immer raus zum Schluss. Ich hoffe, du bist auch dabei beim Punsch trinken. Du bist natürlich absolut Nummer 1 als herzlich eingeladener Gast. Helden auf dem Feld. Hey Didi, welche Börse würdest du einem Neuling empfehlen? Wenn du Österreicher bist, dann kannst du ja BitPundle nehmen. Bekommen wir beide 10 Euro, wenn du den Link unten in der Videobeschreibung nimmst. Top. Wenn du halt Bitcoins kaufen möchtest, auf einen Ledger ziehen willst, würde ich dir BitGet empfehlen. Das ist der zweite Link. Warum würde ich das machen? Weil du dort einen Bonus bekommst, wenn du so 20.000 einzahlst, bekommst du einen 700 Dollar Bonus. Mit dem kannst du ja noch gambeln, wenn du zufällig ein bisschen Gewinne machst. Die gehören dir. Wenn du das Geld verlierst, dann hast du kein Geld verloren, kein echtes Geld. Würde ich so machen. Mache ich auch gerne so. Ich habe mir auch zum Beispiel letztens wieder einen BitGet Account gemacht, verifiziert und einen Bonus bekommen. Nehme ich einfach gerne mit. Hey Didi, ein Ding ist das? Lieber Didi, kann man bei BitGet zwei unterschiedliche Trades mit demselben Tradingpaar öffnen? Dann, gute Frage, zwei unterschiedliche Trades mit demselben Tradingpaar öffnen. Du kannst das schon machen. Es wird meistens, also wenn du das selbe Tradingpaar nimmst, wird es zusammengefügt. Du hast einen Durchschnittspreis. Aber wenn du eben einen Coin nimmst, zum Beispiel Bitcoin und USDT, also tradest mit USDT als Margin, hast du auf dem Futures Account USDT, kannst du mit dem einen Trade eröffnen und mit Bitcoin auch auf dem Futures Account einen getrennten Trade davon. Und sonst kannst du dir ein Unterkonto machen. Das geht bei Konten, Unterkonten, lädst dort oder teilst dort die Fans drauf. Und dann kannst du dort halt über verschiedene Unterkonten in einem BitGet Account deine Trades verschieden aufteilen. So, ich denke, wir sind durch für heute. Es hat mich mega gefreut, über so coole Sachen zu berichten. Österreich, Raiffeisenbank, top, top, top. Wir bleiben an dem Ding dran. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim selber ausprobieren. Und wenn es natürlich bei euch in der Region noch nicht verfügbar ist, wünsche ich euch, dass das bald mal kommt. Und dass wir da ein bisschen glänzen können mit unserem Fachwissen. Ich wünsche euch bis dahin natürlich die maximalen Profite. Gerne den Kanal abonnieren, gerne öfter dabei sein, in der Telegram-Gruppe vorbeikommen oder einen Kommentar da lassen. Ich lese mir die natürlich immer sehr gerne durch. Damit wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Abend. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall dann im nächsten Video. Und ich wünsche euch wie immer was. Ciao, ciao.